Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass es euch allen gut geht. Und heute ist so einer dieser Fälle, in die ich direkt rein starten möchte. Der Fall ist mir sehr nahe gegangen, es ist ein sehr bekannter deutscher Fall. Und an der Stelle, selbst wenn ihr den Fall schon kennt, hört euch bitte trotzdem die ersten Minuten an. Da werde ich nochmal die Vermisstenanzeige vorlesen, ein paar Fakten geben, die vielleicht ja doch hilfreich sein können. Und ich bitte euch darum, dieses Video zu teilen, um all das, was passiert ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und so starten wir direkt ziemlich schwermütig in die Sache rein. Let's go! Ich möchte heute über die kleine Inga sprechen, die am 5. Mai 2015 spurlos verschwunden ist. Die damals 5-Jährige war das Nesthäkchen der Familie. Sie hatte drei ältere Geschwister, die damals 8, 13 und 15 Jahre alt waren und ihre Eltern. Inga war ein super süßes Kind mit den blonden Zöpfchen und den blauen Augen und den kleinen Zahnlücken und ist von allen nur unsere kleine Prinzessin genannt worden und genauso wurde sie auch behandelt. Auf Inga hat man Acht gegeben, man hat sie lieb gehabt und auf sie aufgepasst. Und an der Stelle möchte ich auch direkt nochmal die Beschreibung aus der Vermisstenanzeige vorlesen, sodass das Bild von Inga uns allen wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Inga 1,20 Meter groß. Sie hatte eine schlanke Statur, sie hatte blaue Augen und blonde Haare. Ihre Augenbrauen waren eher hell, zart und sie hatte lange Wimpern. Zwei von Ingas oberen Zehen fehlten, unten waren schon zwei nachgewachsen. Inga hatte Haarspangen im Haar, die rosafarben waren und Blümchenmuster hatten. Ihr Langarmshirt war mintfarben mit einem Schmetterling darauf gedruckt. Auf den Schultern hatte es Rüschen. Ansonsten trug Inga eine Strumpfhose, ein Slip und ein Hemd. Die Schuhe waren dunkelpink und von der Marke Elefant. Der Tag von Ingas Verschwinden. Es war der 5. Mai 2015. Das Ehepaar Gericke möchte mit seinen vier Kindern eine schöne Zeit verbringen. Es ist das erste Mai-Wochenende und man macht einen gemeinsamen Ausflug. Dieser führt die Familie zum Wilhelmshof. Der ist ungefähr 30 Kilometer von Stendal, das ist in Sachsen-Anhalt, entfernt. Dieser Wilhelmshof ist eine diakonische Einrichtung und umgeben von einem dichten Wald. Dort werden rund 100 suchtkranke und psychisch erkrankte Menschen behandelt. Sie werden dort betreut und beherbergt. Ingas Eltern sind selber Sozialarbeiter, genau wie die Freunde, die sie an diesem Tag zum Wilhelmshof eingeladen haben. Diese Freunde arbeiten nämlich selbst auf dem Wilhelmshof und der bietet nicht nur Betreuung und Unterkunft für mental erkrankte Menschen, sondern auch einen wahnsinnig schönen Platz für Familie und Kinder. Es ist ein riesiges Gelände mit einem Spielplatz. Es gibt Klettergerüste, es gibt Sandgruben, also ein Paradies für die Kleinen. Und das hat mich auch an meine eigene Kindheit erinnert. Bei uns gab es eine Klinik, die einen wunderschönen Spielplatz hatte und da haben wir uns auch immer drauf geschlichen. Es gab einen Busch, wenn man durch den durchgekrochen ist, konnte man das ganze Klinikgebäude umgehen und dann heimlich auf dem Spielplatz spielen. So findet sich die Familie dann gegen 18 Uhr mit ihren Freunden zusammen auf diesem Spielplatz. Da grenzt nämlich ein Grillplatz an und man beschließt, gemeinsam zu grillen. Tatsächlich war es wohl so, dass Ingas Eltern eigentlich gesagt haben, komm, lass uns langsam mal nach Hause. Die Freunde aber gebettelt haben, ach was, es ist doch so schön, lass uns den Abend gemeinsam ausklingen und noch eine Runde grillen. Und so haben sich Ingas Eltern dann überreden lassen zu bleiben. Alle wollen dabei helfen, dieses kleine Grillfest vorzubereiten und auch die Kinder packen mit an. So bringen sie abwechselnd Essen und Getränke vom Haus der Betreuer, welches so 100 Meter vom Grillplatz entfernt war, zum Grillplatz und wieder zurück. Also rennen immer hin und her und fühlen sich wahrscheinlich ganz groß und hilfreich dabei, wenn sie dann so die Limo rübertragen, wie Kinder halt so sind. So macht auch die kleine Inga fleißig mit und läuft zum Haus der Betreuer, kommt mit zwei Wasserflaschen dann wieder zurück. Sie stellt die Flaschen dann neben dem Grill ab und macht sich gegen 18.50 Uhr noch einmal los zum Haus der Betreuer, um wieder etwas zum Grillplatz zu tragen. Alle brödeln also vor sich hin, jeder macht so ein bisschen was für sich und bereitet etwas für das Fest vor, als allen plötzlich um 19 Uhr auffällt, dass Inga seit 10 Minuten nicht zurückgekommen ist. Es macht sich schnell ein sehr, sehr ungutes Gefühl breit, jedoch ist man fest davon überzeugt, sie schnell wiederzufinden. Sie wird irgendwo im Wald sein, sich vielleicht verlaufen haben. Die Freunde der Familie Gericke sagen noch, sie kann ja nicht weit sein. Und trotzdem beginnen alle nun damit, laut nach Inga zu rufen und sich im Wald zu verstreuen. Doch Inga bleibt verschwunden und sofort wird die Polizei gerufen. Es beginnt eine gigantische Suchaktion. Wahnsinnig viele sind dabei beteiligt. Mehr als 1000 Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, dem Technischen Hilfwerk, Roten Kreuz und weiteren Organisationen beginnen nach Inga zu suchen. 40 Spezialhunde kommen zum Einsatz, die die 4000 Hektar Wald nach Inga abschnüffeln sollen. Kurz zum Vergleich, 4000 Hektar, das sind rund 550 Fußballfelder. Also ein riesiges Gebiet, welches sie nun mit den Hunden durchkämmen. Ein Helikopter wird eingesetzt. Alle sind hellwach und aktiv. Und trotzdem findet man keine Spur von Inga. Schnell wird eine Ermittlungstruppe gegründet. 40 Beamte sind in dieser Truppe tätig und nennen sich nun die Kommission Wald. Schon bald gibt es den ersten Hoffnungsschimmer. Einer der Hunde hat angeschlagen und verfolgt nun eine Spur. Die Hunde schnüffeln einen Weg vom Wald auf eine Autobahn, die nach Berlin führt. Von Berlin geht es dann weiter nach Dresden. Ab hier verliert sich die Spur dann aber. Dann meldet sich die erste Zeugin. Sie war als Tourist in Berlin unterwegs und meint, Inga in einer U-Bahn gesehen zu haben. Sie berichtet von einem seltsam aussehenden Mann, der ein Kind hinter sich hergezogen hat und glaubt, dass es sich dabei um Inga handeln würde. Der Mann sei heruntergekommen. Er hätte keine Schuhe getragen und habe angsteinflößend ausgesehen. Jedoch bleibt dieser Hinweis ergebnislos, da man auf Videoaufnahmen von der U-Bahn zum Beispiel keine Beweise für die Existenz dieses Mannes finden kann. Und ihr ahnt es wahrscheinlich, in der nächsten Zeit gehen rund 2000 Hinweise bei der Ermittlungsgruppe ein. Jeder einzelne dieser Hinweise führt ins Leere. Das dramatische hierbei ist, dass jede Stunde, die vergeht, die Wahrscheinlichkeit darauf, dass man Inga lebend wiederfindet, total verringert. Gerade die ersten 48 Stunden sind meistens entscheidend und die laufen der Ermittlungsgruppe nun davon. Als die Eltern gefragt werden, ob Inga häufiger mal weggelaufen wäre, sagen diese entschieden, nein. Unsere Tochter hat sich natürlich manchmal versteckt. Sie hat es geliebt zu spielen und uns zu überraschen. Aber ihr war es wichtig, dass wir sie wiederfinden. Ihr war es wichtig, dass sie uns im Auge behielt. Und sie wäre niemals einfach spurlos im Wald verschwunden. Ich glaube auch, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist. Da zehn Minuten nach Ingas Verschwinden ja bereits alles in Bewegung gesetzt wurde. Wie weit kann ein Kind in zehn Minuten schon kommen? Der ganze Wald wurde danach durchkämmt. Wie soll sie mit ihren kleinen Beinchen so schnell so weit gerannt sein? Und warum? Sie hat ihre Familie geliebt. Sie hat den Kontakt zu ihren Geschwistern gesucht. Und wie die Eltern schon sagen, wäre niemals einfach so weit von zu Hause weggelaufen. Ein weiterer seltsamer Hinweis geht bei der Polizei ein. Ein Jäger, der gegen vier Uhr morgens auf seinem Hochsitz saß, um Tiere zu beobachten, meint einen schrecklichen Schrei gehört zu haben. Er sagt, dieses Schrein hat nicht nach einem Tier geklungen, sondern nach einem weinenden Mädchen und ruft sofort die Polizei. Er erzählt außerdem, dieser Schrei habe so geklungen, als hätte jemand nach seinem Vater geschrien, als hätte jemand Papa, Papa gesagt. Und das Bemerkenswerte hierbei ist, dass dieser Hinweis bei der Polizei einging, bevor man das Verschwinden von Inga öffentlich gemacht hat. Also es kann kein Wunsch nach Aufmerksamkeit gewesen sein, den dieser Jäger da verfolgt hat, sondern er scheint wirklich sowas gehört zu haben. Jedoch ist es sehr schwer, dieser Spur nachzugehen und auch dieser Hinweis verläuft sich so im Sande. Die Polizei ändert jetzt ein bisschen die Taktik. Sie versuchen nun, einen möglichen Täter festzumachen. Sie versuchen, ein Täterprofil zu erstellen. So sind sie sich sicher, falls jemand Externes dahinter steckt, muss er sich in diesem Areal ausgekannt haben. Denn wie gesagt, war dieses Gebiet wirklich riesig. Und dass jemand es schafft, innerhalb von zehn Minuten ein Kind spurlos verschwinden zu lassen, das zeugt von Kenntnis von dieser Umgebung. Außerdem, so sagt die Polizei, sei es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand außer der Eltern, der Freunde und der Bewohner des Wilhelmhofes von Ingas Anwesenheit an diesem Abend dort wusste. Denn der Platz war ja umringt von Wald. Dort war nichts außer Bäume. So beginnt die Polizei damit, die Bewohner des Wilhelmhofs zu befragen. Die kennen sich in der Gegend gut aus und waren vor Ort. Jedoch verlief die Befragung und das resultierende Ergebnis eher unbefriedigend. Ein Problem bei der Ermittlung war zum Beispiel, dass es auf dem Wilhelmshof keine Uhren gibt. Teil der Therapie dieser Bewohner ist, dass sie sich anhand eines Glockenschlages orientieren. Sprich, die Glocke läutet und man weiß, jetzt gibt's Essen, jetzt ist Nachtruhe, whatever. Heißt, keiner konnte genaue Aussagen über eine Uhrzeit treffen, weil die Zeit dazwischen einfach so dahin rennt. Keiner weiß, wie viel Uhr es genau ist. Und so war es für die Ermittler unfassbar schwer, Aussagen und Alibis einzuordnen. Niemand konnte genau sagen, wie viel Uhr es war. Und da sich das alles ja innerhalb von zehn Minuten abgespielt hat, das Verschwinden von Inger, war das ein so kleiner und wichtiger Zeitraum, der von den Bewohnern des Wilhelmhofs gar nicht nachvollzogen werden konnte. Außerdem musste ein möglicher Täter ja ziemlich gewitzt sein. Er musste es schaffen, ein Kind in praktischer Anwesenheit der Eltern und anderer Bewohner innerhalb von zehn Minuten spurlos verschwinden zu lassen. Nun haben viele Bewohner des Wilhelmhofs aber eine verminderte Intelligenz. Was Ingers Eltern vorher aber nicht bewusst war, ist, dass andere Bewohner in der Vergangenheit auch Kapitalverbrechen begangen haben. Und auch diese Bewohner dürfen sich teilweise frei auf dem Gelände aufhalten. Da das Ganze ins Nichts zu führen schien, haben die Polizisten zu diesem Zeitpunkt dann den Kreis der Ermittlungen erweitert. So fingen sie damit an, auch Bewohner einer forensischen Psychiatrie, die ungefähr vier Kilometer entfernt lag, zu befragen. Ganz kurz, was ist eine forensische Psychiatrie? Eine kleine Definition aus dem Internet. Straftäter, die Gerichte aufgrund ihrer psychischen Erkrankung erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, sprich dort sind auch Straftäter untergebracht, die teilweise Ausgang haben, sich also ohne einen Therapeuten oder ohne beobachtet zu werden, frei bewegen dürfen. Doch auch diese Spur führte ins Leere. Die Polizei geht immer wieder die verschiedenen Szenarien durch. Das ist teilweise unfassbar brutal, weil gerade Ingas Mutter noch die Hoffnung hat, dass Inga irgendwo da draußen ist und lebt. Und solche Szenarien dann durchzugehen, ist wahnsinnig verletzend und schrecklich. Und trotzdem trage ich diese jetzt mal vor, weil das die verschiedenen Möglichkeiten sind, die die Ermittler sehen. So könnte Inga einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein und anschließend getötet worden sein. Auch hätte Inga Opfer eines Unfalls sein können, der dann versucht wurde, zu vertuschen. Auch eine Entführung ist möglich. Jedoch gibt es, wie gesagt, für all diese Szenarien keine Beweise. Chef-Ermittler Kluxiem sagt, wenn ein Mensch verschwindet, gibt es meist eine Spur oder zumindest einen Hinweis darauf, was passiert sein könnte. In diesem Fall aber gibt es nichts. Innerhalb eines Zeitfensters von wenigen Minuten verschwand ein Kind, ohne dass jemand etwas dazu sagen konnte, etwas beobachtet hat. Wie aus dieser Welt gebeamt. In 30 Jahren als Ermittler habe ich so etwas noch nie erlebt. Im Zusammenhang mit dem Fall Inga gibt es eine Person, die vielen von euch vielleicht bekannt vorkommt. Christian B. Ein vorbestrafter Sexualstraftäter, der aktuell eine Strafe wegen einer Vergewaltigung in Praia de Luz, Portugal, absitzt. Einige Jahre lang lebte er in Portugal und wird dort seit 2021 als formeller Verdächtiger im Fall Maddie McCann, dem kleinen Mädchen, welches 2007 aus einer Ferienanlage entführt wurde, geführt. Er war also einer der Hauptverdächtigen im Fall Maddie McCann. Den Fall habe ich auch schon mal mit euch besprochen. Den findet ihr hier. Aber was hat er jetzt mit Inga zu tun? An dieser Stelle kommt eine alte Seifenkistenfabrik ins Spiel, die ungefähr 90 Kilometer vom Wilhelmshof entfernt liegt. Diese ist der Zweitwohnsitz von keinem Geringeren als Christian B. Schon damals wurde von der Polizei sehr schnell in diese Richtung ermittelt. Das Grundstück wurde durchsucht, nachdem Hinweise bei der Polizei eingegangen sind, es würde dort nach Kadaver riechen. Und auf dem Gelände dieses Grundstücks wird dann auch eine Grube gefunden. Der Inhalt der Grube ist wahnsinnig verstörend. Zum einen liegen dort mehrere tote Hunde im Sand vergraben. Außerdem finden die Ermittler zahlreiche USB-Sticks, die voll sind mit Kinderpornografie. Im Wohnwagen auf dem Gelände werden unter anderem Kleidungsstücke von Kindern gefunden, darunter auch getragene Badekleidung zum Beispiel. Als man diese Kleidungsstücke Ingas Eltern vorliegt, können sie aber kein Kleidungsstück ihrer Inga zuordnen. Man weiß auch, dass Christian B. sich zum Zeitpunkt von Ingas Verschwinden in dieser Gegend irgendwo aufgehalten hat. Er hatte nämlich einige Tage zuvor einen Unfall, der dokumentiert wurde. Jedoch hat sich sein Handy zum Zeitpunkt von Ingas Verschwinden nicht unmittelbar an diesem Ort eingeloggt, was aber nicht für seine Unschuld spricht, denn so ein Handy kann man auch mal ausgeschaltet haben oder mal zu Hause vergessen haben. Ingas Eltern drängen also darauf, der Spur von Christian B. weiter nachzugehen. Sie halten ihn für sehr, sehr verdächtig. Zu Recht. Also ich finde auch, dass diese Grube und die Fundstücke in der Grube, die Kinderklamotten, die USB-Sticks, all das wirkt wirklich verstörend. Jedoch gehen die Ermittler 2015 dieser Spur schon nicht weiter nach. Und auch eine Prüfungsgruppe im Jahr 2019 wird nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Ingas Eltern, die sich mittlerweile haben scheiden lassen, weil all das zu belastend war und so auch die Ehe zu Bruch gegangen ist, fühlen sich von den Ermittlern im Stich gelassen. Ingas Vater glaubt daran, dass Ingas Verschwinden mit dem Wilhelmshof verwoben ist. Die Mutter sagt in einem Interview 2020, dass sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Wir sollten alle die Hoffnung nie aufgeben, dass Maddie oder Inga noch leben. Bis das Gegenteil bewiesen ist. Fälle wie Natascha Kampusch zeigen, dass entführte Kinder auch nach vielen Jahren wieder auftauchen oder wie in diesem Fall vor ihrem Peiniger flüchten können. Sie versuchen den Ermittlern immer wieder Druck zu machen und beten darum, dass das Verfahren neu aufgenommen wird. Über Anwälte lassen sie ausrichten, dass sie sich neue, unvoreingenommene Ermittler wünschen. Am Ende bleiben unfassbar viele Fragen übrig. Zum einen ist er diese Aussage des Jägers. Hat er wirklich ein Mädchenschrein hören? Wann ist Tierschreie? Mein Opa ist Jäger und diese Menschen, die das seit Jahren machen, die kennen jeden Ruf aus dem Wald. Zeig meinem Opa irgendein Blatt und der sagt dir sofort, von welchem Baum der gekommen ist, wann das Blatt gefallen ist und welche Tiere daran geknabbert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Jäger ein Wildschwein mit einem Kind verwechselt hat. Oder ein Reh. Dann gibt es unfassbar viele Theorien, die sich um einen Porno-Ring drehen oder um Organhandel. Dass Inga so einem Ring zum Opfer gefallen ist, dass es etwas Geplantes war. Aber da denke ich mir, es war ja praktisch Zufall, dass die Familie an dem Tag auf dem Wilhelmshof war und dass sie länger geblieben sind. Eigentlich wollten sie ja sogar schon nach Hause gehen und haben sich zum Grillen überreden lassen. So etwas hätte man ja schwer planen können. Vielleicht, wenn Inga regelmäßiger Gast dort gewesen wäre. Aber das war sie ja nicht. Dann sind da natürlich die Bewohner des Wilhelmshofs. Da ist die Frage, ob von denen einer mehr weiß. Vielleicht jemand etwas getan hat, was er gar nicht hatte tun wollen. Aber dann hätte man doch eine Spur gefunden. Geht einfach nicht in meinen Kopf rein, dass dieses Kind spurlos verschwunden wurde. Innerhalb so weniger Augenblicke. Ich denke, dass der Fall neu aufgenommen werden sollte. Denn vielleicht gab es damals Mitwisser, die sich nicht getraut haben, etwas zu sagen. Und heute vielleicht den Mut hätten. Außerdem gibt es ja neue Verfahren, Spuren festzustellen. Und ja, man hat neue Methoden, wie man an solche Sachen rangeht. Und es muss Antworten geben. Auf jeden Fall für Inga und für ihre Familie. Denn Ingas Mutter hat nach wie vor Hoffnung. Und diese Hoffnung will ich ihr nicht nehmen. Niemand will ihr diese Hoffnung nehmen. Und ich wünsche ihr so sehr, dass all das, was sie hofft, irgendwann wahr wird. Ja, es ist ein unfassbar schrecklicher Fall. Es ist wirklich der absolute Albtraum, dass ein Grillabend, der so lustig begonnen hat, wo jeder was beigetragen hat, die Kinder von A nach B geflitzt sind. Ein Grillabend wie diese, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern kann. Das waren die schönsten Abende. Die Kinder haben gespielt, die Eltern haben gelacht und auf einmal verschwindet da jemand. Und kommt über sieben Jahre nicht zurück. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Lasst mir eure Gedanken und eure Kommentare unten. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, ihr Süßis. Tschüss. Tschüss.